Hallo meine Lieben und herzlich Willkommen zu meinem allerneuesten Hausvideo von Big Island Dream 99. Ja, ich habe es endlich geschafft, das Hausvideo fertigzustellen. Es hat wirklich sehr lange gedauert, es war wirklich eine Tortur, weil das Grundstück ist ja nicht gerade klein. Und ja, hier ist es nun und hoffe, es gefällt euch. Big Island Dream 99 wurde mal wieder in Isla Paradiso gebaut, auf einem 60x60 Grundstück. Hat doch recht viele Zimmer, darunter ein großzügiger Eingangsbereich mit zweifachen Treppenaufgang und auch einem installierten Fahrstuhl, der auf allen Ebenen vertreten ist. Dann eine Großraumküche mit ganz viel Platz zum Kochen und auch natürlich viel Platz zum Essen. Ein großes Wohnzimmer, eine kleine Waschküche ist vorhanden. Dann haben wir noch ein schickes Arbeitszimmer mit einem großen Fernseher, damit ja keine Langeweile beim Arbeiten aufkommt. Wir haben dann noch drei Badezimmer und davon hat ein Badezimmer in der obersten Etage eine integrierte Sauna zum Wohlfühlen und Entspannen nach der Arbeit oder halt nach einem stressigen Tag. Dann haben wir noch einen kleinen Fitnessraum, ein Gästezimmer, welches zwei Betten hat, meine ich ja, zwei Betten. Ein Elternschlafzimmer, ein Kinderzimmer für einen kleinen Jungen. Dann noch ein, ja, in rosa, pink gehauchtes Babyzimmer für ein kleines Mädchen. Eine Doppelgarage mit direktem Anschluss zum, ja, ich sag mal Keller, weil es doch an der untersten Etage ist. Mit einem Billardtisch und Platz, um am Auto rumzuwerkeln. Dann haben wir noch unseren riesigen Außenbereich, ja, der hat mir wirklich sehr, sehr viel Zeit gekostet. Platz zum Fußballspielen, zum Grillen, der Pool, zum Schwimmen im Sommer, das ist ja Paradies und Raben, ist ja doch meist warm. Und, ja, sonst noch einige Plätze zum Entspannen und Wohlfühlen. Ja, ich denke, das war's jetzt auch von meiner Seite. Um immer up to date zu bleiben, besucht mich doch gerne mal auf meiner Facebook-Fanpage oder facebook.com slash production sims3 oder auf twitter, twitter.com slash production sims, so ohne drei hinten dran, oder wie immer auf meiner Website production sims3.com. Nun noch viel Spaß mit dem Rest des Videos. Ciao. 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 Untertitelung. BR 2018 Untertitelung. BR 2018 Untertitelung. BR 2018 Untertitelung. BR 2018 Untertitelung. BR 2018